Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Du musst heute anders bauen. Die Bedürfnisse sind andere. Wir haben kleinere Wohnungen oder dann auch andere Strukturen, die wir brauchen. Und hier sollten wir eher in diesen Bereich denken. Das heißt, Sanierung zwar wichtig, aber im städtischen Bereich auch wieder Neubau durch Abriss. Und ich habe mir heute, nein Quatsch, es ist alles anders, nämlich ich wurde eingeladen nach Wien und zwar sitze ich bei Wiener Berger und durfte mit Heimo Scheuch sprechen. Er ist der CEO von Wiener Berger. Ein Unternehmen, was mehrere Milliarden macht und eine große Verantwortung für und in der Bauindustrie hat, für viele tausende Menschen und das mittlerweile auch global. Wir haben wirklich querbeeteimer geschossen. Wir sind durch Wiener Berger durch, was es macht, wie man zum Systemhersteller wird, warum man das eigentlich tut. Gibt es Gründe der Daseinsberechtigung, aber auch wie viel Verantwortung im Nachhaltigkeitsbereich. Also ESG war natürlich ein Thema und bis hin zum politischen Kontext auf dem Dachmarkt, dem deutschen Markt sind wir eingegangen. Also wer ein richtig geiles Update haben will, der sollte jetzt anbleiben. Also let's go. Wie ihr wisst, haben wir normalerweise Corporate CEOs Inhaber da. Wir wechseln einen Monat lang zu Startups und du kannst dich jetzt bewerben. Bis zum 22.05. kannst du dich bei uns bewerben. Den Link packen wir in die Shownotes und dein Startup kommt in unseren Hauptpodcast. Aber jetzt zur Sache, nämlich zur Sache mit dir Heimo. Schön, dass ich bei dir sein darf. Also ganz anders, ein ganz anderes Setup heute. Nämlich ich bin in Wien bei Wiener Berger. Schön, dass ich deiner Einladung folgen durfte. Michel, herzlich willkommen in wunderschönen Wien. Und wie freut ihr, ich bin ja fast auch ein Startup mit Wiener Berger. Ein paar Nullen am Umsatz mehr, habe ich gelesen, aber ansonsten modern. Ich glaube, ihr entwickelt euch. Lass uns doch vielleicht mal für die Zuhörenden und Zuschauer, die Wiener Berger jetzt nicht gleich auf dem Schirm haben, vielleicht mal kurz zusammenfassen. Was macht ihr denn eigentlich? Und sag mal, ein paar Datenkennzahlen. Wie viel Umsatz macht ihr? Wie viele Mitarbeiter? Mittlerweile sind wir mehr oder weniger wieder 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sehr stark in Europa und in Nordamerika mit kurzen Ablegern und kleinen Ablegern in Indien und in der Türkei, also außerhalb der Europäischen Union. Und sind tätig, wenn du das Tätigkeitsfeld so betrachtest, Bauzulieferindustrie, also Baustoffe für die Errichtung von Häusern. Und das sind vor allem Ziegel. Das klingt jetzt alles sehr altmodisch, nicht so cool, nicht so lässig, wie man es heute so gerne hat. Aber, und das ist vielleicht einmal ganz interessant für Leute, die jetzt zuhören, wir errichten moderne Häuser, vor allem energetisch effiziente Häuser, das heißt Nullenergiehäuser. Wir tragen sehr viel zur Renovierung bei, im Sinne von energetisch effizienter Renovierung und zur Infrastruktur, Wassermanagement, also Trinkwasser und Abwasser durch unsere Rohre. Nur damit man eine kleine Idee bekommt, wir errichten grundsätzlich eine mittlere Stadt im deutschsprachigen Raum, so wie Graz in Österreich, das kennt man ja. So eine Stadt errichten wir jedes Jahr neu mit unseren Produkten, das heißt, das ist der industrielle Output. Jetzt hast du ja gerade gesagt Steine und du bist jetzt gerade schon zu Rohren und Stadt, also das ist ja gar nicht mehr Wiener Berger, weil der, der Wiener Berger kennt, derjenige, der verbindet es doch mit einem klassischen Stein, mit einem Siegelstein. Der, der natürlich jetzt uns vor 40, 50 Jahren kennengelernt hat und dann die Entwicklung gesehen hat, sind wir ein klassisches Ziegelunternehmen gewesen, ja. Warum denn jetzt so weit gefächert, also warum geht es denn jetzt weiter in die anderen Thematiken rein, Rohrleitungen und das sind ja schon fast so Infrastrukturthemen, die da mit beiklingen. Na, wir haben klar, Michel, uns Gedanken gemacht, wo soll die Reise hingehen, wo geht die Reise überhaupt hin, in Europa und in Nordamerika. Und hier waren wir natürlich sehr, sehr spezifisch im Neubau alleine tätig, ja, das Errichten von ein- und zwei Familienhäusern. Wir haben sehr früh den Trend hin zur Renovierung gesehen, damit, da haben wir auch dieses Segment sehr stark verstärkt und vor sechs Jahren haben wir die Möglichkeit bekommen, uns sehr stark im Bereich Infrastruktur zu engagieren, durch die Übernahme eines Unternehmens in der Rohrbranche, Pipelife. Und mittlerweile haben wir das zum zweitgrößten Produzenten für Rohren in Europa gemacht. Macht man das, weil dir nichts mehr einfällt im Sinne von, was kann ich mit Stein machen, braucht es das oder ist das vielleicht auch später noch eine Daseinsberechtigung, weil Steine irgendwann nicht mehr existieren werden, was steckt dahinter? Weder noch, wenn ich das so sagen darf, ganz im Gegenteil, weil wir nämlich das gesamte Haus aus unserem Markt sehen, also das heißt das Gebäude und nicht nur einen Teil. Wir wollen nicht ein Zulieferant von einem Produkt sein, sondern wir wollen ein System- und Lösungslieferant sein. Das heißt, wenn du heute natürlich das ganze Thema Errichtung eines Hauses nimmst, denkst du ja nicht nur über die Wand nach, sondern das ganze Thema Energieversorgung und Wasserversorgung. Deshalb spielt das Rohr mit dem Stein eine gewaltige Rolle. Wie heize ich, wie kühle ich? Das heißt, das Ganze als Produkt zu verstehen? Nicht nur, ich gehe schon einen Schritt weiter als System zu verstehen. Es ist die ganze Branche nicht gerade noch auf dem Trichter. Ich muss erst mal lernen, ein Gebäude als Produkt zu verstehen und nicht mehr als Projekt. Jetzt kommst du und sagst, du, ich bin schon Gedanken weiter. Also hängen wir da vielleicht nicht schon wieder auch jemanden dann ab, wenn das stimmt? Naja, natürlich hängen wir viele ab, weil natürlich in dem Sinne noch viele in der Vergangenheit verharren. Aber nimm mal eine andere Branche. Du hast mir persönlich erzählt, du warst gerade jetzt in Stuttgart als Automobil. Die haben ja auch eine gewaltige Entwicklung durchgemacht. Das heißt, die denken nicht mehr nur im Auto alleine, sondern in der Infrastruktur, in der Mobilität etc. Das heißt, auch hier gibt es Entwicklungen. Und wenn du in einer Industrie tätig bist, musst du visionär auch sein. Deshalb auch für mich, spaßhalber, sind wir ein großes Start-up, weil wir uns immer wieder neu erfinden müssen. Und das ist das, was dich auch interessiert an dem Unternehmen Wienerberger, diese Flexibilität zu haben und das weiterzuentwickeln. Also dazu braucht es ja nicht nur ein starkes Team, also tausende Menschen, die irgendwie dahinterstehen und sagen, komm, wir setzen das auch um, wenn du und vielleicht noch Kollegen das als Idee haben. Sondern du brauchst ja auch ein bisschen Kapital dazu. Da brauchst du natürlich den Finanzmarkt, den musst du ja auch betreuen. Das ist ein ganz separates Thema. Aber was du ansprichst, was mich persönlich so fasziniert, ist diese Kraft in einem Unternehmen, wenn man jetzt 22.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit hat, die haben ja viele Ideen. Die haben ja eine enorme Kraft, etwas Neues zu gestalten. Und das macht es ja spannend. Wir produzieren ja, wir haben ja 240 Standorte und da wird ja viel hergestellt, da kann man ja viel gestalten. Aber grundsätzlich dann natürlich durch unsere Möglichkeit mit vielen Kunden, mit vielen Entscheidern zusammenzuarbeiten, gibt es hier viel Potenzial für Innovation. Und das macht es ja spannend. Wie machst du die denn hörbar, die Stimmen aus der Organisation, dass du sagst, nicht nur du hast ja tolle Ideen und stehst morgen auf und sagst, toll, der Kaffee hat gut geschmeckt und morgen früh kaufen wir die nächste Firma, sondern dass das ja irgendwo auch Leute, die irgendwie aus der Organisation im Operativen viel dichter dran sind, werden ja sündende Ideen mitbringen. Wie kommen die zu dir? Schau, das ist relativ einfach. Du hast heute viele intelligente Menschen, die darüber sprechen und Bücher schreiben, wie man das machen soll. Im Einzelfall ist es so, dass du auf Menschen zugehen musst. Das ist eine Wertesache. Entweder hast du Werte im Unternehmen oder hast du sie nicht. Das sind wir jetzt auch in der Gesellschaft. Du respektierst andere, du vertraust anderen, du hast das Thema Kreativität und lebst das auch und du hast die Leidenschaft im Unternehmen. Und das gilt es eben immer wieder vorzuleben. Das ist die Führungsmannschaft, du musst das tun, ich muss das tun, du musst die Leute ernst nehmen. Da kann ein kleiner Vorschlag auch ein ganz wichtiger werden, um was zu verändern. Und Menschen, ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir haben dieses Vorschlagswesen auch aufgebaut. Vorschlagswesen nennt ihr das? Ja, auch. Ja, jeder kann dazu sagen, wie er meint. Aber du musst dir vorstellen, wenn du, gehen wir mal jetzt in ein Land, damit wir jetzt nicht in Europa bleiben, sondern in Amerika. Da haben wir das auch gemacht, mit einer Box zum Beispiel, kann jeder reinschreiben. Da hast du natürlich, du musst du diese Hemmschwelle nehmen. Du machst dir keine Gedanken darüber, wie wenige Leute auch schreiben können und richtig schreiben können. Das ist ja heute eine Hemmschwelle. Du kannst dich ausdrücken, aber schreiben ist schon schwierig. Das heißt, du musst den Menschen diese Möglichkeit geben, auch wenn er schlecht schreibt, das ernst zu nehmen und das aufzureden. Und weißt du, was die cool gefunden haben? Dass ich das lese und mit ihnen spreche. Entschuldigung, wenn ich das im modernen Deutsch sage, scheiß cool gefunden. Und da ein Feedback zu kommen. Und da hat er dem reingeschrieben zum Beispiel, dass er seinen Arbeitsprozess eigentlich ein bisschen anders gestalten könnte, wäre er viel effizienter. Und das sind Themen, mit denen man arbeiten muss. Siehst du da Unterschiede zwischen den Ländern? Also jetzt seid ihr ja ein global tätiges Unternehmen. Siehst du da Unterschiede? Dass die Innovationskraft in anderen Ländern oder in Europa, in einzelnen Ländern vielleicht sogar Unterschiede ist? Du hast kulturelle Unterschiede. Die sind einfach begründet aus der gesellschaftlichen Struktur nach wie vor. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Anglo-Sachsen hier besser sind oder lässiger miteinander umgeben. Das stimmt oft gar nicht. Die sind sehr hierarchisch. Aber da hast du natürlich auch Länder, auch in Europa, die aufgrund der Historie heraus noch ein bisschen Hemmschwellen haben, mit dem Vorgesetzten hier zu sprechen. Was du durchbrechen musst, ist oft das Mittelmanagement. Da sind oft Leute dabei, die, ich sage mal, Beharrer sind ganz gerne, weil sie in ihrer Komfortzone bleiben wollen und sagen, das managen wir doch gut. Lass uns das nicht verändern. Und hier muss man eben viel arbeiten, die Leute überzeugen. Das heißt von unten, das kommt dann eigentlich fast von alleine, weil die Leute irgendwie Lust haben, probiert sind. Ich habe vor ein paar Wochen mit dem Vorstandsmitglied von Bosch Digital gesprochen, der war im Podcast. Und wir haben viel über KI gesprochen und da kamen wir auf dieses Thema Hunger, digitalen Wissens, Innovationshunger. Glaubst du, der fehlt uns in Europa schon ein Stück weit? Ich glaube, ich gehe ein Stück weiter, vielleicht auch ein bisschen philosophischer. Es fehlt uns der Wille zu Neuem. Also wir Europäer sind sehr, sehr gesettelt. Wir leben gerne und das ist diese Work-Life-Balance, die eine große Rolle spielt. Das ist auch ein bisschen ein kleiner Vorwurf, den ich mache, eine junge Generation, dass man sagt, hey, alles easy, alles cool. Nein, wir brauchen diese Kraft zur Veränderung. Wir müssen Neues gestalten und das heißt auch neue Wege gehen. Wenn du im Sport zum Beispiel nicht neue Wege gehst, dann gewinnst du nicht. Du musst dich nicht leidenschaftlich auseinandersetzen, du musst auch Kraft reingeben. Du musst trainieren jeden Tag. Du musst den Willen zum Sieg haben, sonst bist du nicht dabei. Nur dabei zu sein, um Spaß zu haben, ist zu wenig. Und das ist nicht abhängig nur von Artificial Intelligence oder von anderen Sachen. Nein, das ist eine Mentalitätssache. Und die muss man wieder lernen, diese Kraft, um Neues zu gestalten. Hat die junge Generation die denn überhaupt schon mal gelernt oder ist es ein Wiederlernen? Ich glaube, es ist ein Wiederlernen. Ich glaube auch nicht, dass das verlernt ist. Es ist einfach nur, dass unser Schulsystem auch vielleicht überdacht werden muss, unser Bildungssystem. Es ist zu altmodisch, es ist zu alt. Du weißt ja auch selbst, wir haben viele Themen mit der Integration und mit der Sprache und solche Themen. Das heißt, hier müssen wir viel mehr tun, viel mehr investieren. Wenn heute über Fachkräftemangel gesprochen wird oder über mangelnde Innovation, wo liegt das Thema? In der Ausbildung. Und da müssen wir ansetzen. Das müssen wir bei den Jungen ansetzen und jetzt nicht darüber reden, was wir alles in der Gesellschaft tun sollten. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was man alles tun könnte. Was hast du denn getan? Oder ihr als Wienerberger nachher, du alleine hast das ja nicht alleine umsetzen können. Ja, ihr habt das in Säulen, glaube ich, auch aufgeteilt für Wienerberger. Aber erzähl mal selbst, was dahinter steckt. Na, ich glaube zunächst mal, wenn ich dir sagen darf, als ich da persönlich vielleicht einen Rückblick, als ich da übernommen habe, waren wir in einer sehr schwierigen Situation. Sag vielleicht noch ganz kurz, wie lange machst du schon Wienerberger? Ja, das ist schon so lange, dass ich mich gar nicht erinnern kann. Warte, wir rechnen zusammen zurück. Weit über 25 Jahre bin ich schon dabei. Also sehr lange. Und Vorstandsvorsitzender bin ich jetzt auch schon im 15. Jahr. Das heißt, das ist schon relativ lange für einen im deutschsprachigen Raum. Wir haben fast die genaue Zahl ausgerechnet. Ja, das ist 15. Ja, genau. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Als ich damals übernommen habe, dachte ich, wir kriegen die Veränderung relativ schnell hin. Wir haben ein relativ altmodisches Unternehmen mit straffen und starren hierarchischen Strukturen etc. Und da war ich auch noch ein bisschen jünger und dachte, das geht schneller. Grundsätzlich muss ich dir sagen, das dauert relativ lange. Länger als du angenommen hast? Ja, genau. Weil einen Güterzug, wenn ich das so sagen darf, der fährt ja langsamer. Und den musst du bis zum letzten Waggon wieder mitnehmen und nicht nur mit einem Waggon vorn fahren. Ich war gerade in Australien, der längste Zug fährt da. Ich glaube, er hat, ich weiß gar nicht wie viel, 697 Waggons, glaube ich, der längste mit sieben Kilometern. Der ist schon gewaltig. Ja, der muss einmal rollen und dann rollt er auch. Dann rollt er, das ist es. Siehst du, das ist der Vergleich, wenn du ihn einmal zum Rollen bringst. Das ist so wie den Elefanten. Die Inder sagen, wenn du ihn zum Laufen bringst, dann läuft. Okay, das kann ich gar nicht. Und dann musst du ihm versuchen, jetzt zu Laufen zu bringen. Und das ist das Schöne. Das Schöne ist, wenn du dann den Elefanten oder den Zug beobachtest, wie er fährt. Aber dorthin zu bringen, viel Kraft, viel Ausdauer, auch Mut, neue Wege zu gehen. Und du wirst nie dafür in dem Sinne geschätzt. Weil Neues zu gehen, da wirst du immer von allen Leuten kritisiert und gibt es viele Leute, die das besser wissen. Aber wirklich zu sagen, den gehen wir. Und du hast recht, du musst dir ein Team um dich bauen, das auch nicht nur das glaubt, sondern überzeugend auch umsetzt. Dann lass uns doch mal konkret eintauchen. Was sind denn eure Säulen im Unternehmen, auf die ihr setzt dann? Wichtig, wie ich erwähnt habe, Werte. Das ist einmal ganz entscheidend, dass wir hier eine ganz klare Wertestruktur haben in der Wirt. Wir bauen das auf vier Werte auf im Unternehmen. Die habe ich ohnehin schon kurz erwähnt. Das Zweite ist einfach, dass wir sehr stark im Management regionales Management haben. Wir sind pro Markt tätig. Ein Markt in Litauen ist ganz anders als der in Rumänien und der in Rumänien wieder anders als in Irland. Starkes lokales Management. Wir haben nicht so viele Experts. Das gibt es bei uns einfach nicht, sondern lokale. Und die haben auch sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten. Die sind eben angehalten, das Geschäft dort zu führen. Natürlich mit KPIs, die ganz klar definiert sind und motivierend auch greifen sollen. Aber diese Freiheit haben sie. Sind das alles KPIs, also Financial KPIs, die driven sind? Nein, wir haben ein klares Setting. Nicht nur aus Financial, die muss man haben als börsennotiertes Unternehmen und vor allem als nachhaltiges Unternehmen. Aber Stichwort Nachhaltigkeit, auch sehr viele ESG-Targets, die wir haben. Wir haben ja eine ganz klare ESG-Policy, die wir auch runtergebrochen haben. Wir sind nicht ein Unternehmen, das sagt, 2030 oder 2040 sind wir carbon-free. Sondern 2041. Das ist, würde ich sagen, weißt du was, das sind alles so Ansagen. Die will ich nicht. Ich will ganz klare Ziele haben. Wie viel haben wir jetzt in 2023 erreicht? Wie viel erreichen wir im nächsten Programm 2026? Und das muss hingebracht werden. Dass wir das Langzeitziel haben, ist ganz klar. Aber du musst eben Menschen so führen, dass sie auch begreifen, dass ihre Tätigkeit ein Resultat liefert. Und das ist wichtig. Wie viel Digitalisierung hilft denn dabei, um nachher in 20, wann auch immer, lassen wir mal die Zahl kurz außen vor, um die Ziele zu erreichen? Also vielleicht auch nochmal vergleichen, Innovationskraft, Digitalisierung versus Mensch. Bei uns ist es auch so, durch die ganzen automatisierten Abläufe jetzt in der Produktion hast du eine sehr starke Automatisierung, musst du ja auch haben. Geht ja Schritt in Schritt heute mit Digitalisierung, weil die Datenerfassung und die Datenbearbeitung hier sehr stark läuft. Wenn man heute sagt, ein relativ unter Anführungszeichen von vielen wahrgenommen als traditionelles Unternehmen Wienerberger Baustoffbranche. Aber nur eine Zahl hier, 90 Prozent unseres Geschäftsvolumens läuft digital ab mit unseren Kunden. Das heißt, da gibt es nichts mehr, alte Rechnungen und so, das läuft alles digital. Das heißt, hier haben wir schon gewaltige Schritte gemacht in der Vergangenheit und werden das auch noch tun. Nochmal vielleicht ganz kurz zum Verständnis auch für die Zuhörerenden, dass ihr rechnet aber über den Großhandel ab? Also ihr fakturiert? Großhandel, wir fakturieren Großhandel, arbeiten aber direkt mit den Bauherren oder Bauunternehmer oder Investoren. Wie wichtig sind die denn, vielleicht mal so ein bisschen Exkurs in die Richtung, wie wichtig ist dann ein Projektsteuerer, Entwickler, Investor vielleicht sogar auch in der heutigen Wertschöpfungskette? Also der ist schon sehr wichtig, weil er heute natürlich nachdenkt, reden wir mal über zum Beispiel jetzt über deine Heimatstadt Berlin, wenn es da geht um ein nachhaltiges Wohnprojekt. Welches Wohnprojekt will er denn bauen? Will er nur auf Kosten schauen oder schaut er auf im Sinne Langfristigkeit, weniger Haltungskosten, weniger Betriebskosten und ein günstiges, leistbares Bauen. Und da spielt natürlich dieser Dialog mit uns eine große Rolle, weil wenn du schon am Anfang richtig planst, ersparst du dir viele Kosten, nicht nur in der Errichtung, sondern auch im Betrieb. Siehst du dann auch, dass der zum Entscheider immer mehr wird? Also 10, 20 Jahre zurück hat der klassisch der Bauunternehmer, egal welche Größe, gesagt, den Stein nehmen wir oder eben nicht? Du siehst schon, dass viele, auch im Eigenheim übrigens, also wenn einer ein Einfamilienhaus baut, sehr stark die Entscheidung in die Hand nimmt. Er informiert sich viel besser. Es sind viele, viel interessiertere Menschen am Werk, die wollen auch, sie geben ja viel Geld aus für das. Und dann müssen sie auch sagen, das ist es, was ich gerne haben will. Macht ihr mehr Umsatz mit den privaten Einfamilienhäusern, wenn man zurückführen kann? Grundsätzlich, wenn du dann über die ganze Gruppe drüber schaust, der größte Einzelbereich ist sicher, dass Einfamilienhäusern, ja. Ich will nochmal zurück auf das Thema, das haben wir eingangs so ein bisschen gestriffen, dieses Thema Portfolio, Wachstum. Also ich hatte vorhin gefragt, wie viel Umsatz ihr macht, das ist im Milliardenbereich, das sind … Wir sind letztes Jahr so bei 4,2 gewesen, wir werden heuer wieder an die 5 herankommen. Also irgendwas zwischen 4,5, 5 Milliarden Euro ist eine ganze Menge Geld. Wie kann man denn so schnell in der Zeit wachsen? Ist das nur mit Zukäufen noch möglich jetzt? Nein, das ist beides. Du wächst organisch, das heißt eben neue Produkte, neue Lösungen. Ich werde dir kurz erklären, was das für mich bedeutet. Und auf der anderen Seite natürlich akquisitorisch, du kaufst Unternehmen dazu. Das sind oft kleinere Unternehmen oder mittelgroße. Gerade jetzt haben wir eine größere Akquisition getätigt im DACH-Bereich, haben französisch-deutzische Unternehmen übernommen, die haben 28 Standorte, die integrieren wir dann auf unsere Plattform. Da braucht man auch Geld dazu. Da braucht man Geld dazu, deshalb ist man am Finanzmarkt, deshalb produziert man ja auch Cashflow. Und das ist ja der ganzheitliche Ansatz wieder, den du vorhin gesagt hast, weil das Unternehmen, was du gerade meinst, das hat ja nichts mit dem Stein zu tun. Nein, das sind Bedachungsprodukte, das heißt den Tondachziegel oder Betondachsteine, die verwendet werden für das DACH. Was kommt denn dann als nächste Akquisition? Also sind wir dann irgendwann bei Elektro angekommen im Zweifel auch? Nein. Elektro nicht, aber zum Beispiel, wenn ich dir das so erklären darf, wir sind ja schon einerseits im Bereich der Rohre vorgefertigte Elektrorohre für Installationen, das heißt für elektrischen Strom im Haus oder für Datentransfer, die werden praktisch schon fix und fertig gelegt dann, soweit sind wir schon. Im Stein. Im Stein oder im Gebäude, das muss ja nicht der Stein als solcher sein, aber das ist in den Niederlanden zum Beispiel, haben wir schon vorgefertigte Kits für das Haus, wo du dann zum Beispiel die Installationszeit für den Elektriker, der rund steht, um die 20 Stunden braucht für diese ganze, auf 6 Stunden runterbringen, weil das alles vorgefertigt wird, digital übrigens, der sich den Plan ins Werk und wir machen das für ihn. Das sind zum Beispiel sehr starke Verbesserungen in der Effizienz auf der Baustelle, sehr wichtig. Aber nur das als Beispiel. Andererseits auch, dass wir hier Messungen machen, Sensortechnik auch schon liefern in gewissen Bereichen. Also da tut sich enorm viel in der Entwicklung. Müssen wir da immer akquisitorisch sein? Stichwort eben von vorhin, nein, da können wir auch selbst Innovationen bringen und dadurch wachsen. Der Skaleneffekt ist bei uns natürlich riesengroß, kannst du dir vorstellen, können wir mitverkaufen und haben hier natürlich dazu mehr Umsatz. Was erwartet denn uns, wenn wir Wiener Berger so angucken in die Zukunft, dass Akquisitionen angeht? In welche Industrien guckt ihr? Nein, wir werden, und das ist ganz klar, in diesem Bereich bleiben. Also das heißt, Neubau, Infrastruktur und Renovierung, dort wirst du uns noch sehen, also weiter wachsen. Wir haben jetzt ein Geschäft, das knapp eine Milliarde macht in Nordamerika, Kanada und USA. Das werden wir auch noch stärker wachsen lassen, damit wir ein regional ausbalanciertes Portfolio haben. Das heißt, verdoppeln dort den Umsatz zum Beispiel. Das ist unsere Zielsetzung für die nächsten Jahre. Hast du ja gerade gesagt, das sind dann ein Fünftel ungefähr vom Gesamtumsatz. Macht Kanada aus? Kanada, Amerika. Zusammen, okay. Zusammen, ja. Ist das der zweitwichtigste Markt für euch? Das ist eigentlich von den Einzelmärkten her gesehen der wichtigste. Fordern da Kunden mehr Innovationen schon heute? Nein. Ist nicht so? Nein, ist nicht so. Das ist ja oft in der, ich nenne es mal Gerüchteküche, in der Bauindustrie, Amerika oder andere Länder fordern es zwangsläufig. Wir sind da digitaler und der Kunde schreit danach und auch ihr seid vielleicht digitaler dort schon. Nein. Also das kann ich dir mit ganz ruhigem Gewissen sagen. Der amerikanische Markt ist hier sehr traditionell, nach wie vor. Weil du musst eines verstehen, zwischen New York und San Francisco liegt ein weites Land. Dort lebt Amerika, arbeitet Amerika und das ist sehr ähnlich wie Europa. Was bedeutet das für die Zukunft dann der Blick darauf auf Innovation, wenn es auch gar nicht so von dort aus gepusht wird vielleicht? Nein, der Blick auf Innovation bedeutet, dass wir zum Beispiel, ich bleibe jetzt einmal kurz am Dach, das Dach nützen und eigentlich vom Schutzdach zum Nutzdach machen. Das heißt, du kannst den Strom dort gewinnen stärker. Du kannst Wasser sammeln für die Zukunft. Du nützt das Dach einfach für viele Bereiche. Und du integrierst das in dein Gebäudekonzept. Und das ist unsere Zukunft. Und die Zukunft, du hast Neubau angesprochen jetzt gerade, dass das ein wichtiges Thema für euch ist. Jetzt reden in der Branche sehr viele darüber, jeder nicht gebaute Quadratmeter ist der bessere Quadratmeter. Hinblick auf Bestandsgebäude, ist das ein Thema für euch, wo ihr drauf guckt oder sagt ihr, nee, wir müssen auch irgendwo im Fokus setzen? Auch hier ein klares Wort. Weißt du, hier gibt es viele, in dieser pluralistischen Gesellschaft, nochmal aufpassen, es gibt viele Meinungsträger und Glaubenssuche, die sein müssen. Bleiben wir mal bei den Menschen selbst. In Europa haben wir Zuzug, in Europa haben wir viele Menschen, die eigentlich heute nicht adäquat leben und vor allem nicht leistbar. Das kommt deshalb, weil wir in der Tat nicht richtig und nicht dort bauen, wo wir es brauchen. Bestandssanierung kann sinnvoll sein, aber in größten Teilen in Europa nicht, weil die Häuser einfach es nicht hergeben. Ja, ich spreche über die Nachkriegsarchitektur, Zwischenkriegsarchitektur, spezifisch auch in Deutschland, Österreich, wo man eigentlich sagen müsste, Abriss und Neubau. Weil du musst heute anders bauen, die Bedürfnisse sind andere. Wir haben kleinere Wohnungen oder dann auch in andere Strukturen, die wir brauchen. Und hier sollten wir eher in diesem Bereich denken. Das heißt, Sanierung zwar wichtig, aber im städtischen Bereich auch wieder Neubau durch Abriss. Und das Zweite ist, von dem Sinne, was wir nicht verbauen sollten, Quadratmeter, auch da bitte ein vorsichtiges Wort, wenn man so schaut, was an Infrastruktur verbaut wurde in den letzten Jahren noch wird. Wollte ich gerade sagen, das geht noch ein paar Tage. Das geht noch extrem viel und viel zu viel, meines Erachtens. Und das Zweite ist das Thema, dass wir hier natürlich auch durch diese ganze Thematik Konsum eigentlich überdenken sollten, ob es diese Einkaufszentren geben sollte. Weil du musst denken, was gibt es denn eigentlich Ineffizienteres als solches? Weil das wird ja nicht bewohnt, das wird ja nur benutzt an gewissen Tagen der Woche, übrigens auch. An zentralen Punkten? Und dann steht das leer, das ganze Ding. Und hast enorm viel Platz verbraucht. Wir sind ja schon bei dem Thema Nachhaltigkeit mittendrin. Was bedeutet das denn? Du hast vorher so ein bisschen gestriffen, ISG ist schon ein Thema. Ich glaube, wer heute das nicht auf dem Schirm hat, der wird sich dann umgucken, ob Strafzahlungen oder was auch immer kommen. Was bedeutet das? Ich glaube, ich sehe das insofern als ganz entspannt, weil wir Nachhaltigkeit immer gelebt haben in dem Unternehmen. Du musst denken, das hat ja über 200 Jahre Bestand und wenn ein Unternehmen so alt ist, dann denkt es ja auch nachhaltig, sonst würde es ja nicht bestehen. Auf der finanziellen Perspektive? Ja. Und nicht nur, auch der industriellen. Das heißt, hier ist wirklich verantwortungsvoll mit den Ressourcen, mit den Menschen, mit dem ganzen Investitionsthema umzugehen. Und Ressourcen für uns sind Materialien, Rohmaterialien, das kann der Lehm sein, das kann aber auch Plastikgranulat sein, wenn man über Kunststoffrohre spricht. Das heißt, verantwortungsvoll umgehen. Es ist an und für sich, und das ist auch wichtig für die junge Generation, Industrie ist nicht schlecht. Aber das ist ja das Image. Das ist aber leider falsch. Ja, aber Beton, also ich habe mit Max Bögel gestern in Stuttgart gesprochen und die haben auch gesagt, das Thema ist, du kannst dafür als Hersteller gar nichts, du änderst, du machst jetzt mittlerweile Werbung dafür Carbon Neutral Beton, aber du musst das ja unglaublich schwerfällig rüberbringen, dass das auch die Wahrheit ist. Ja, das müssen wir, also die Wahrheit. Ich glaube, das ist natürlich, du kämpfst mit einer Vergangenheit, wo viel gelogen und betrogen wurde. Sagen wir das sehr deutlich. Das bin ich auch absolut einverstanden, dass das ein Thema ist, das wir alle aufarbeiten müssen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich nur sagen, industrielles Tun ist nichts Schlechtes. Wertschöpfung, Wohlstand kommt ja von dem. Wo soll es denn sonst herkommen? Absolut. Ich sehe das als große Aufgabe der jungen Generation, also die noch nach mir kommt, denen das beizubringen, dass Industrie nicht schlecht ist und der Wohlstand ja auch von irgendwo kommt, wir halt langfristig umdenken müssen. Ja, das ist einfach so. Und Wertschöpfung, das heißt, wenn du aus etwas was produzierst und mehr Wert dem Ganzen gibst und dann weiterverwendest, geht es ja eigentlich um folgende Punkte. Das erste ist, wie viel Energie und wie viele Rohstoffe setzt du für diesen Prozess ein? Ja, das ist ein wesentlicher. Und da muss man nicht sagen, gibt es nachhaltige Materialien, gibt es nachhaltige Energie etc. Das sind einfache Themen, die sind gar nicht zu kompliziert. Und am zweiten ist, wie lange hält dein Produkt? Deine Großmutter, die du sicherlich auch gut gekannt hast, hoffe ich für dich, die haben noch ihre Socken gestopft. Ja, absolut. Wahrscheinlich bis heute macht sie das. Ja, aber heute schmeißt du das weg, das Zeug. Und das ist eben so ein kleines, lustiges Beispiel, dass wir eigentlich nachhaltiger denken lernen wieder müssen und nicht im kurzfristigen Konsum hängen bleiben. Meine kritische Anmerkung der jungen Generation ist, ich verstehe eure Anliegen, aber öffnet euch auch dem Diskurs und schaut auch einmal selbst nach, wie ihr konsumiert und was ihr konsumiert. Und das ist meines Erachtens sehr wichtig, dass wir gemeinschaftlich diesen neuen Weg gehen. Und letzter Punkt, wie recycelst du? Ja, wir waren natürlich, ich kann mich an meine Jugend erinnern, das ist scheiße, weg mit dem ganzen Kram. Ja, aber Recycling war nie ein Thema. Heute denkst du darüber nach. Und je länger ein Produkt hält und Bestand hat und aktiv da mitgestaltet und zum Beispiel bei Baumaterialien ist das wahnsinnig wichtig, wenn der über 100 Jahre hält und wieder umbauen kannst und neu verwenden kannst, dann hast du wirklich eine sehr positive Bilanz. Ihr habt euch doch bestimmt mit dem Thema auch schon beschäftigt, wie ist das, wenn ich den Stein verließe oder wieder zurückkaufe, je nachdem was für ein Modell. Wie geht ihr damit um mit dem Thema? Ist das heute überhaupt ein Thema? Nein, ist kein Thema, weil natürlich die Immobilie an sich ein gewaltiger Wert, der den darstellt. Wenn du hier anfängst, auch so Modelle wie Autos mal zu machen, ich lease, es gehört gar nicht mehr an mir. Diese Tendenz finde ich interessant. Muss man aber auch aufpassen, dass das nicht wieder so eine Stufe ist. Mir ist das alles egal, weil ich bin kein Eigentümer von dem Ganzen. Ja, die gehört jetzt nur das Grundstück. So ist es ja. Und das vielleicht auch gar nicht mehr dann. Die Autohersteller tun sich aber auch schwer zu sagen, ich schalte jetzt für 19 Euro im Monat mein Navi frei oder meine Sitzheizung. Genau. Was schalten wir dann bei Steinen frei? Die Dämmung da drin? Ihr macht ja auch Dämmung. Dämmung. Wir können die Energieeffizienz freischalten, wenn wir das so wollen. Mit Blick auf die Bauindustrie und die Zukunft vielleicht auch der Bauindustrie. Sehr, sehr vielfältige Gäste, die ich im Podcast habe aus der gesamten Wertschöpfungskette entlang. Und ich würde sagen, ich habe keine rote Linie erkennen können in den letzten zwölf Monaten. Von Dramatologie über Krise, über positive Ausblicke. Den letzten Österreicher, den ich bei mir hatte, war Karl-Heinz Strauß. Und der war sehr positiv gestimmt dem Ganzen. Wie guckst du drauf? Auf die Entwicklung? Ja. Schau, ich gucke, wenn du das so sagst auf Deutsch, einerseits kritisch und auf der anderen Seite pragmatisch positiv. Und ich erkläre das auch. Kritisch deshalb, weil wir, und ich spreche jetzt nur über Europa und da spreche ich nur über die Europäische Union, da gehört Deutschland als führendes Land dazu und trägt eine große Verantwortung. Wir müssen lernen, in diese Bereiche Infrastruktur, in dem Wohnbau vor allem und natürlich auch in die Sanierung nachhaltiger zu investieren. Und ich erkläre mich auch dazu. Ein Infrastrukturkonzept kann nur europäisch sein. Du musst heute versuchen nachzudenken, wo du mit dem Zug in einer Stunde von Berlin sein solltest. Das ist wichtig. Das ist ein gesamteuropäisches Projekt. Das ist für die Zukunft Europas extrem wichtig. Und da muss meines Erachtens viel nachhaltiger investiert werden. Anderes Thema, das Thema Energieversorgung. Du musst deine ganzen Produktionen an Strom, weil Strom ist eigentlich die Elektrifizierung, ist die Zukunft Europas, musst du schauen, wo du ihn hinbringst. Und schnell und effizient und kostengünstig. Das sind große Projekte, die musst du angehen. Wenn du dir den Bericht von Enrico Letta gelesen hast, über den neuen Markt, was du sicherlich angeschaut hast, der jetzt rausgekommen ist letzte Woche, da steht so viel drinnen auf diesen wenigen Seiten. Wenn das die ganzen Regierungen und die Entscheidungsträger mal lesen würden... Das ist aber... Ja, das ist das Problem, weil heute keiner mehr liest. Es sind nur mehr Schlagworte. So eine alte Generation. Ja, aber es sind nur mehr Schlagworte. Und es geht aber hier um Substanz. Und das ist mein kritischer Ansatz. Und wenn du heute siehst, wie viele Millionen Menschen nach Europa kommen und die jetzt keine Bleibe haben und eigentlich Menschen unwürdig leben und dann hast du Extremismus, dann hast du Leute, die nicht mehr glauben als System, die einfach sich nicht integrieren wollen. Das ist ja nicht die Zukunft Deutschlands, bitte. Ich muss ihnen Wohnraum, Leistungswohnraum bieten und nicht darüber reden. Aber findest du das nicht genauso absurd, dass wir... Wir sind ein Land, hast du gerade gesagt, in Deutschland mit einer großen Verantwortung, egal ob jetzt Österreich oder Deutschland. Wir haben eine sehr gute Baukultur aus den letzten Jahrhunderten. Und die holen sich auch gerne andere Länder als Beratung rein. Und jetzt fliegen wir im Sinne von der deutschen Regierung, aber auch in andere Länder und fragen nach, wie das Bauen eigentlich funktioniert. Machen wir eigentlich in der Politik die Hausaufgaben, die wir eigentlich machen müssten und haben wir nicht eigentlich alles da, um das, was du gerade andiskutiert hast, zu lösen, aber wir lösen es nicht? Also ich sag's dir mit meinen Worten noch einfacher, die Politik oder das heißt die politischen Entscheidungsträger heute legen nicht Wert auf einen gesunden, konstruktiven Dialog mit den Leuten oder Personen, ob sie Industrie, ob sie verarbeitende Leute, also in der verarbeitenden Industrie oder mit Menschen im eigenen Land. Sie flüchten überall anders hin. Du kannst den Dialog und hast alles in Deutschland, was du brauchst, um ein modernes, effizientes und nachhaltiges Bauen zu gestalten. Du musst nirgends hinfahren. Bitte nicht, sag ich sehr deutlich. Mach das dort. Wir haben auch die Klimazonen, die wir kennen. Wir kennen das über Generationen. Wir wissen, was wir brauchen. Wir müssen jetzt nichts Neues finden. Und das ist mein Appell, mein kritischer. Und positiv bin ich deshalb, weil wir es brauchen. Wir brauchen es. Wir müssen es tun, weil sonst fällt Europa gewaltig zurück. Aktuell siehst du denn, dass da was passiert? Also weil die Töpfe, also die Finanztöpfe, die sind voll eigentlich, aber gleichzeitig auch leer, weil das wird nichts investiert. Die großen Infrastrukturprojekte, die wir ganz kurz andiskutiert haben, im Dachmarkt vielleicht mal nur gesprochen, die laufen aus. Also die ersten werden nicht verlängert, die Projekte. Es wird ab 2026 keine neuen ausgeschrieben gerade. Ausschreibungen wurden schon zurückgezogen in Deutschland. Das ist doch eigentlich völlig absurd. Es ist absurd und zwar deshalb auch, weil zu kurzfristig gedacht wird. Ich erkläre das von meiner Sicht wieder, dass ich sage, die Investition über das Staatsbudget ist falsch. Du musst heute Infrastruktur sehr viel über eine Mischung an Private Investment oder Partnership machen. Das heißt, du holst dir Geld von Fonds, du holst dir Geld von Privaten, du kannst Anleihen auflegen, du kannst vieles tun. Du musst nicht immer das Staatsbudget belasten. Das deutsch-österreichische Denken, ich habe viel Geld und gebe es aus, ist falsch. Und wenn ich nichts mehr ausgebe, habe ich noch mehr? So ist es. Das ist wirklich falsch. Und du hast natürlich auch eine Zeit in Deutschland, die prägend war, wenig auszugeben und auf dem sitzen zu bleiben. Und ich glaube, was jetzt kommen muss, ist eine Zeit des Neuen, des Gestaltens, des Tuns. Das ist wichtig. Diese Regierung, die ihr jetzt habt, und da möchte ich niemanden persönlich kritisieren, aber ist eine des Stillstands. Das ist nicht eine, die vorausgeht und neue Wege geht. Und diese Kritik müssen sie schon aushalten. Dafür sind sie auch bezahlt. Aber jetzt muss man wirklich achten, dass eigentlich die führende Einzelwirtschaft in der EU, Deutschland, wirklich an Lokomotive, an Kraft wieder gewinnt. Müssen wir da vielleicht noch, also zum letzten Punkt in die Zukunft geguckt, müssen wir da mehr über die Grenzen hinausdenken im Sinne von mehr Österreich, Deutschland gemeinsam. Aber natürlich, aber vergess mal die Tschechen und die Polen nicht, bitte. Die haben ja auch gute Ideen. Absolut. Und teilweise viel bessere, viel weiter als wir, ich kann jetzt gar nicht von dem deutschen Markt sehr gut sprechen, viel weiter. Also da ist ja, einige Unternehmen haben ja auch große Akquisitionen im SHK-Bereich, also seit Sanität und Klima getätigt, weil eben dort irgendwie 80% schon über einen Onlineshop wirklich laufen. Aber logisch, ja. Also nicht die gefakten 80%, sondern die richtigen 80%. Ja, genau. Also die Zukunft siehst du hier im Dachmarkt? Ich sehe sie da in der Tat, auch da im Dachmarkt, aber auch in der Infrastruktur. Deshalb bin ich für Wienerberger positiv, weil wir haben die richtigen Märkte für uns erschlossen heute. Wir haben die Basis gelegt und wir können sehr erfolgreich wachsen in den nächsten Jahren. Dann lasse ich das mit dem Wachstum und dem Blick in die Zukunft einfach mal so stehen und bedanke mich für deine Zeit und den wundervollen Austausch mit dir hier. Sehr querbeet einmal den Schnelldurchflug durch Wienerberger und die Zukunft ist bei uns. Danke dir und danke für das tolle Gespräch und vor allem, dass du hierher gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Danke. Danke.